ja passte wunderbar so eingeladen hast du hast du nicht noch nicht mal gleich bin auch online jobs spielen fünf anwalt oder vier er hat man halt nur nicht gerade bei der abstimmung mit dabei deswegen ich hab sieben oder so nach gibt es jetzt sind aber dann wirklich ein fändisch aus bei dem fünfer wie wir gibt es insgesamt 8 67 glaube ich finde sie verfolgen sie habe ich gerade noch gesehen so kev eingeladen baby eingeladen müsst ihr euch auch beeilen hier sind schon vier drin kommen wir ja 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 bitte ich wollte ja kurz noch geld einzahlen so mal gucken wie es jetzt läuft ich habe mir das ganze hätte ruhig ein paar mehr teams reinnehmen können statt 4 bis 8 1 2 3 4 5 6 fehlen noch zwei es fehlt noch einer 6 7 ja für noch einer genau ich hoffe ich sei nur 7 wenn ich richtig gezählt habe ich muss jetzt noch einer kommen ja sind nur 7 ja da ist aber ein spielfehler muss man sagen ja der durch war eigentlich da nicht starten richtig normalerweise hätte der jetzt warten ist bis der achte spieler noch dazu gejoint aber wir haben jetzt seitdem ich jetzt die gegner muss gemacht haben mit 85.000 verdient aber wie gesagt klar ihr habt ein bisschen mehr weil ja jetzt hat die runde gewundert habe ich nicht habe ich nicht so start versuche ich das mal noch mal es gibt aber auch hier namen von den ich hätte doch unten rum gehen sollen und oben nach unten die durch die durch die dings durch scrollen von oben nach unten dauert dreimal so lange als wenn ich nach oben drücke und dann von unten von ganz unten vom letzten job noch nach oben sieben gibt es insgesamt ok 5 haben wir jetzt 5 aber noch nicht genau also drei stück insgesamt möchte dann haben wir es auch heute mit aufnahme aber die da jetzt auch durch wenn man sich folgen da kann man mal gucken wir mal der nächsten folge wieder mit den heißt weitermachen ja wenn das dann mit links griffen hat weiß ich halt nicht ja sagt gerade beim nächsten mal dabei war geschrieben oder ja ich weiß nicht ja nicht in der gruppe ich weiß nicht was los ist so ich habe euch eingeladen ja macht der einheit ist auch wieder eingeladen hier der krieg dann habe ich hatte eingeladen zumindest ich hatte eine andere von dem drauf so metaton so jetzt sind wir voll wenn der reingekommen ist dann starte ich auch ich bin doch da tritt bei die ist ne 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 einander verlassen doch leute 37 dem ging es wahrscheinlich schnell genug ja das ist einfach weil die meisten nicht verstehen wie die das funktioniert das system das ist einfach nur neu einladen da kommt aber schon sehr selu jetzt kann sie starten jetzt sind alle da ist auch schon gestartet jetzt in meiner kirche nichts hätten die chance einfach das ganz oben im norden weil ich habe ja eine kirche angezeigt bekommen ja die steht in der mitte vor dem ich bin mit betaton in einem team und ich mit home base louis das auch cool baby ist mit eines nicht ist glaube ich eines sehr wahrscheinlich würde ich jetzt mal so zippen ja naja mal gucken dass das grün steht ihr baby wo eigentlich von anderen flow gibt es nicht hier wäre es wahrscheinlich ja doch es gibt ja geht der mögliche auch so soll der pärchen sein geht davon aus dass der deswegen wenn ich ein weibchen immer zusammenpackt nach vorn hatten auch bei baby frauen frau soll auch vorkommen ich bin team pink mal wieder ja super hier schon oder hat ja weil mein teamkollege einfach nur wild durch die gegend brand ist und mitten sich mitten auf die straße stellt nach scheiß mal die partner hat sich erledigt oder wurde erledigt ich habe noch niemals gesehen in der richtung ja ich habe jetzt zwei oder drei hat jetzt geholt ja nur dann über die mann springen sehen so na gut ja 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 da dann wollen wir mal warte ja leck mich doch am arsch wie fühlst du dich Wir gehen sofort auf zu zweit auf einen drauf, dem Lila. Aber meiner wollte auch nicht schießen. Au! Miss! Hat er dich aber auch fast gehabt, Baby. Hüüüüü. Untertitelung des ZDF, 2020 ich schieße schon mit granatwerfer die sind mit zwei mannen wie gesagt direkt die sind direkt mit zwei mannen drauf erst mal teapater weg geholt und dann haben sie mich noch geholt danach so runde drei natürlich ach man geht wie ja wohl ein kollege ist einfach viel zu offensichtlich in seinen bewegungen aber baby dich hätte ich auch noch was mitgenommen das habe ich manchmal fast noch gewesen jawohl wenigstens eine runde mit nach hause genommen weil die beide auf meinen teampartner drauf halten und so konnte ich mir den einen noch holen jetzt eine runde mit nach hause genommen ja immer wieder das ist natürlich ärgerlich dieses teil 6 direkt ja 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 ja